Wir haben jetzt Tobias zu Gast vom Aktionsbündnis A100 Stoppen. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Erzähl uns was. Ja, vielen Dank Sandra. Ja, ich bin Tobias vom Aktionsbündnis A100 Stoppen und wir kämpfen gegen die Verlängerung der Stadtautobahn A100 nach Trebdorf, Friedrichshain und Dichtenberg. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was hat denn der Autobahnbar in Berlin mit dem Mietenwahnsinn zu tun? Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, die A100 zerstört Wohnungen und zerschneidet gewachsene Kieze. Neben 300 Gärten, das sind über 12 Hektar Stadtnatur, wurden für die Verlängerung nach Trebdorf in der Bermannstraße zwei Häuser mit fünf Gebäuden abgerissen. Ohne unsere Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht wären es doppelt so viele Häuser gewesen. Trotzdem mussten mehr als 100 Menschen ausziehen und vor allem mit Familien mit Kindern fanden in Berlin keine bezahlbare Wohnung mehr. Alteingesessene Mieterinnen und Mieter zahlen dort eine Kaltmiete von 4,20 Euro die Quadratmeter. Oder zahlten. Sollte die 100 weitergebaut werden, müssten noch deutlich mehr Menschen aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Der zweite Punkt. Armut und Verslammung durch A100. Das Topos-Institut hat die sozialen Auswirkungen von Stadtautobahnen wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse in Kurzform. Je näher die Wohngebäude an der Stadtautobahn stehen, umso schlechter ist ihr Erhaltungszustand. Außerdem fehlen in mehr als der Hälfte der Wohnungen Lärmschutzfenster. Trotzdem sind die Mieten auch direkt an der Stadtautobahn nicht besonders niedrig. Dafür ist dort die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch wie in den Wohngebieten ohne Autobahn vor der Haustür. Die an der Stadtautobahn wohnenden Menschen, die nicht arbeitslos sind, haben deutlich geringere Einkommen beziehungsweise geringere Renten. Und sie haben ein um fast 50% höheres Armutsrisiko. Und sie besitzen oft selbst kein Auto und können es sich nicht leisten, wegzuziehen. Wir protestieren aber nicht nur, sondern wir machen ganz konkrete Vorschläge hier zum Thema Wohnen. Die für den Ausdauer der Stadtautobahn 100 reservierten Flächen werden jahrzehntelang volkswirtschaftlich nicht sinnvoll genutzt. Das Land Berlin verzichtet dadurch jedes Jahr auf Einnahmen in Millionenhöhe. Nach Berechnungen des IORM-Instituts für Urbane und Mobilität kann man anstelle der Autobahn ca. 8800 Wohnungen für bis zu 22.000 Menschen bauen. Innenstadtnah, gut angewunden an den öffentlichen Nahverkehr und trotzdem bezahlbar. Wir fordern und wir verrichten diese Forderung ausdrücklich an die rot-rot-grünen Politikerinnen und Politiker in Berlin. Wir fordern Wohnen statt Autobahn A100 stoppen! Wohnen statt Autobahn A100 stoppen! Und wir laden euch herzlich zu unserer nächsten Protestaktion ein. Kommt am Samstag, dem 25. Mai um 14 Uhr auf die Elsenbrücke in Berlin-Treptow zu unserem Stopp A100 Protest Rave. Das Motto Elsenbrücke VR Don't cement all culture. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.a100stoppen.de und auf Facebook und Twitter unter dem Hashtag A100 stoppen. Vielen Dank Ulgen etyp www.a100stopp.de 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017